Hallo Leute, ich dachte mir eigentlich heute noch ein paar Traktoren zu verkaufen, weil, ja, jetzt meistens immer die Frage, braucht man solche Geräte noch? Also ja, ja schon toll. Na gut, ja, zum Verkäst oder den hier? Ja, jetzt runterrechnen, ziehen sie dann auch da nochmal nach. Ja gut, wahrscheinlich kurz wegen irgendeinem Wagen hier. Ah, komm, kaufen wir uns dann eher den Käse. Leute, dann haben wir hier noch ein bisschen vorbereitet, den wäre eigentlich auch toll, aber dann habe ich wieder zu wenig. Ich weiß nicht, aber nur wenn ich jetzt auf die 22 rechne, ist das hier in den Knobladen oder nur noch ein bisschen, ich finde es mir so einen Wagen hier zu kaufen. Den wäre eigentlich auch toll, aber ich frage nochmal, ob der andere möchte das her, also grüße her. Kaufen wir uns den hier. Einen, ich bin mit dem Geld, oh Gott sei Dank. Den könnten wir eigentlich raubegaben und immer zwei solche. Oder was? Ja, wer bringt der uns noch? Ja, komm. Kaufen wir den hier. Nein, das war die falsche, das wollte ich verkaufen. Dann können wir hier nochmal zurück zum Shop und uns noch Seilen nochmal kaufen. Dann habe ich noch zwei Stück davon, können wir uns ein bisschen mehr Geld leisten. Es könnte vielleicht, möglich sein, dass ich vielleicht das Zeug jetzt hier noch sehen kann muss. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den hier auf der PS3 oder allgemein auf einer Konsole oder auf dem Computer schon gesehen habt. Wir müssen die zuerst verarbeiten. Dann haben wir jetzt den hier mal unbedingt mal die Animation von Saume einschauen. Der ist gut. Also ich habe ja meine andere Map Ich habe mir den Samen gekauft und habe auch so einen mit dem Fliegel und dem Grün, den ich vorhin gehabt habe, habe ich vorhin gekauft. Dann habe ich auch den Samen gekauft. Ja, muss ich sagen, habe ich den Samen recht, recht, recht krass aus den Ränzen gekommen. Oh, 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 vor allem habe ich so ein Gacko rum. Huf ist falsche Seite. Wieso fahre ich? Ach, eigentlich ja durch die Gegend. Ja, ja. Also ich muss sagen, der Samen hat zwar schon viel PS, aber ja, kann ich zu viel sagen. Oh, so hätte ich doch lieber den anderen Wagen behalten sollen. Ach so, was soll's. Ich hätte doch lieber den anderen Wagen sollen behalten, aber ist ja auch nicht so schlimm. Also wir haben jetzt zwei gute Wagen, passt viel rein. Wie haben die jetzt eigentlich? Äh, das sind jetzt 600... Wie glauben die? Jetzt haben wir knapp 64.000 Platz. Oh, das Licht noch reinschalten. Ja, er kann schon ein bisschen an seine Grenzen, aber wenn gut, was soll's. Ich würde jetzt sagen, okay, es sieht schön aus für seine Verhältnisse. Ich meine, wir haben hier das doppelte 2 nehmen. Ist das Geteil eigentlich schon gut? Das Geteil ist nicht gut. Ja, da muss man halt noch ein bisschen warten hier. Ja. Aber es sieht gut aus. Der Mond. Ich habe ja eigentlich immer das Gefühl, dass der Mond sieht immer noch so aus wie im Neune. So älter ist neun. Ja. Hier ein bisschen warten halt. Mensch, hat das Getreide lang. Da war ich mal zu den Hühnern und dann... Ups. Und dann spät hier ein bisschen, was ist das? Ich... Da sind kein... Hier zwei Gockel. Da. Ihr Frauen... Legt das schon mal auf Aja. Ah, da ist mir was. Ich weiß, wie du das. Für die Taschendampe. Und da ist das... Das ist das... Das ist das... aber hier steht ja nicht die bohne hat jeder kein stress hat ein maul doch diesen brauchen zu gehen ja sehr brauchst du mann jetzt ist neblig geworden ja ich glaube ich sage bis zum ja bis zum ersten mal wir sehen uns noch ja bis dann leute ist irgendwann auch mal